. Mit dem 1 zu 0 bei seinem Bundesliga-Debüt für den Rekordmeister. Beautiful stop, Kimmich, into the center, Goretzka! Gallaber bringt er den Ball in die Mitte und da ist Goretzka! Leon Goretzka! . Goretzka wacht wie aus dem Nichts. Leichter sich da rein, der 23-Jährige. . 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 Der weiteren Tor für die Bayern, Leon Goretzka am langen Pfosten, ganz, ganz starke Aktion von den Bayern. Leon Goretzka, und das ist der 3. für Bayern. Leon Goretzka!